Hey, na, seid ihr schon gespannt aufs neue Video? Es interessiert mich eigentlich nicht, aber ich habe es mir trotzdem mal überlegt, hm, weil sich manche gewünscht haben, zu 90% des Videos bestehen aus Memes, mach mal länger und weniger Memes, please. Oder hier zum Beispiel, wir wollen längere Videos, mi mi mi, ha 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 ha, wir nur Weiber reinschneiden. Leute, ich habe mir gedacht, da sich viele von euch sehr konkret in den Kommentaren geäußert haben, dachte ich mir so, nee, nein, einfach nein, ich mach's. Ach, scheiß auf, ach. Halt deine Maul. Lass die Fensterscheibe unten, ich suche gerade die Leute zu begrüßen. Party gemacht. Party gemacht. Ja, das war zu zweit, ja. Ja, das war jetzt dann ein bisschen nahe. Aber Alkohol ist ja dabei. Junge, ich muss durchziehen. Leute, schreibt mir irgendeinen Spruch, in den ich jetzt jeden an den Kopf schmeiße, so. Ich spiel. Nicht viel bei dir? Oder bei euch? Anspielen. Das ist doch schön. Ja, ne? Ja. Nee, eigentlich nicht. Alter, kann man vielleicht hast genau so. Moin. Hallo, hallo. Zeig mal, zeig mal deinen Mittelfinger. Warum? Äh, nur so. Mach mal. Wir wollen so einen Test machen. Ihr habt an eurer Wand so einen Playmobil-Fäden-Aufkleber dran. Der ist so. Hallo. Moin. Wie geht's? Gut soweit und selbst? Hm. Ja, auch. Das ist schön. Was? Woher kommst du? Sieht man das nicht? Oh, das ist irgendwie Knopfel. Was? Irgendwie bist du niedlich. Nix. Moin. Moin. Oh, ganz jung und witz bin ich seh. Bin ich seh. Mach den Job. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, lieber Baby. Ich glaub. Oh, nützlich komm. Ich ist klar. Ich bin nicht nüchtern. Nüchtern bin ich nicht einmal. Ich bin dich. Findet ihr das witzig? Findet ihr das witzig? Was? Jo. Das ist so dumm. Juge. Ich hoffe, ich seh den nie wieder. Ey, ja, Kasimi, KK, Kasimi, I'm murder, murder, deine Bichs auf mein Ding, dick, aber ich suck. Moin. Er macht euch so viel. Moin. Moin. Oh, der ist los. Moin. Oh, das ist dran. Der ist auch nicht mehr. Moin. Moin. Kamu, sag's nicht. Moin. 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 Moin, moin. 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 Was machst du? Am Valentinstag? Am Valentinstag? Ja, und dann wieder hinlegen und schlafen. Ja, und ich weiß, jeder skippt mich. Ich komm doch nicht mal zu Wort. Die skippen die ganze Zeit. Willkommen im Club. Oh, nee. Ja, ich seh ich. Alter, beruhig dich. Hi. Nicht so eine Begrüßung, da war ich ja richtig erschrocken. Hallo. Jo. Moment. Mein Headset ist abgesteckt. Jetzt ist... Ich hab's money. 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 Du ne? Ja, du. Verpisst euch von der Tür, sonst tritt unser Fahrpersonal euch die Fresse ein. Mit freundlichen Grüßen, Martin Becker